Willkommen zurück zu Let's Play WW2K14. Wir sind immer noch im Universe Mode und beginnen mit der zweiten Woche. Ja, Monday Night Raw und der Opener ist Primo gegen JBL. Wo wir mit... Mit wem spielen wir? Hm. Ich bin am überlegen. Primo oder JBL? Wem gönnen wir den Sieg mehr? Hm, ich glaube eher JBL. Oder eher auf die Jugend setzen mit Primo. Schwierige Entscheidung. Ich entscheide mich für Primo. Schöner Lockup hier zu Beginn. Oh, Godbuster. Und der Dropkick sitzt super. Ja. Die zweite Woche steht an. Die Fäden sollten so langsam ein bisschen an Konstanz gewinnen. Ich finde es auch wieder ein bisschen schade, dass Dolph Ziggler und John Cena beide wieder in ein 1 gegen 1 Match gesetzt wurden. Heißt, ich weiß noch nicht, mit wem ich dort spielen werde. Ich tippe aber schon fast wieder auf Cena. Um so diesen Underdog-Effekt hinterher so ein bisschen hervorzuheben. Wenn er versteht, was ich meine. So nach dem Motto, Dolph Ziggler gewinnt den Titel. Trotzdem, dass er alle Matches verloren hat. Und je nachdem, was die dritte Woche noch so für uns bereithält. Also die dritte Raw-Ausgabe. Kurze Lags. Oh, Konter von JBL. Und der Springboard Splash. Springboard Crossbody, um es genau zu sagen. Ich muss jetzt leider warten, bis die Lags einigermaßen verschwunden sind. Oh, was soll das denn? Ist schon bald so weit, dass ich die Aufnahme bald beenden möchte. Das ist scheiße, sowas. Ich muss mal gucken, ob ich nicht noch eine andere Methode finde, von der Konsole hier aufzunehmen mit der Karte. Weil ich glaube, Fraps funktioniert da nur noch bedingt. Ich vergesse immer wieder seine Signatur-Moves. Diving Headbutt und Springboard Clothesline. Okay. Na dann. Und die Springboard Clothesline sitzt. Schöner Konterpunkt zur Clothesline from Hell von JBL. Und hier gibt's den... Oh, fuck. Bulldog als Konter. Und jetzt hat er die... Ja. Jetzt konnte er die Clothesline from Hell zeigen. Aber da müssten wir noch rauskommen. Da müssten wir noch rauskommen. Whip in. Und ab nach oben. Ich schätze mal eine Hurricane Rana von der Ring-Ecke. Ja. Genau das. Gucken, ob wir schon mal so einen Roll-Up probieren können. Natürlich. Eins. Naja. War irgendwie klar. Und raus mit dir. Gut. Ist er rot? Doch. Tatsache. Oh. Und wieder der Springboard Crossbody. So. Am Apron noch ein bisschen bearbeiten. So. Und jetzt wieder in die Ecke mit ihm. Komm. Heb ihn auf. Und was gibt's jetzt? Ach, der Diving Headbutt. In den Rücken? Und diesmal. Oh, endlich. Zack. Der Backstabber sitzt. Und das dürfte der Sieg sein. Eins. Zwei. Drei. Primo. Gewinnt im Opener von Monday Night Raw. Und kriegt dadurch vielleicht etwas Momentum dazu. Auch wenn ich aktuell jetzt keine Ideen habe, was man mit ihm so jetzt machen könnte. Auf jeden Fall nicht in dem Let's Play Teil des Universe Modes. Vielleicht zocke ich hinterher noch ein bisschen mit ihm. Aber ich bezweifle sowieso, dass ich nach dem Let's Play noch viel WWE 14 zocken werde. Dafür fesselt mich das Spiel einfach nicht so. Also vom Gameplay her etc. Dafür ähnelt es mir einfach zu sehr den Vorgängen. Aber gut. Dazu vielleicht später mehr. Opener gut absolviert. Und weiter geht's mit einem Tag Team Match. Bro Code alias Zack Ryder und Santino Marella gegen Jack Swagger und Antonio Cesaro. Da erklärt es sich eigentlich von selbst, wenn ich spiele. Man kriegt ja auch teilweise eine Rotz vorgeworfen von der CPU. Dann nehme ich natürlich das Team der All-American, nee der Real-Americans. Bestehend aus Jack Swagger, dem All-American-American. Haha. Super die Brücke gefunden. Und Antonio Cesaro. Und Antonio Cesaro. What the fuck? Was ist mit ihm? Du, sein Jobber. Du müssen dich kaputt hauen lassen. Sag ich doch. Er dürfte aber eigentlich auch nicht so viel aushalten. Wild Strife doesn't find a home. Look at Swagger. So tenacious. So vicious. So. Gleich erstmal hier wieder für vernünftige Verhältnisse sorgen. Ist ja schrecklich. Belly to Belly Slam als Konter. Zack. Die beiden haben bei der Smackdown-Ausgabe glaube ich auch schon ein Tag-Team-Match gewonnen, oder? Oder ob es bei, nee war es bei Raw? Nein. Ich meine es wäre bei Smackdown gewesen. Ist schon eine Woche her, dass ich gespielt habe. Deswegen vergesse ich das gerne. Santino hier wunderbar in der Ecke bearbeitet. Und jetzt der Toss in den Ring. Noch der Leg Drop. Ach ja. Leider war die Fäde mit dem, also die Tag-Team-Fäde, die wir aktuell am Laufen haben, die war leider schon belegt. Sonst hätte ich glaube ich die beiden in eine Tag-Team-Fäde gepackt, um die Titel. Aber ich wollte die vorgefertigten Fäden auch nehmen. Und da bin ich dann halt jetzt im Nachteil. Muss ich halt mit Tons of Funk und Shield leben. Ja komm, ist in Ordnung. Genug verhöhnt. Oh oh, was haben wir hier noch gesehen? Nice. Wow. Er geht mir hier auch auf die Nüsse. Auch wenn ich das überhaupt nicht gedacht hatte, jetzt ihn da mit reinzunehmen. Auch da kratzt er auch noch. What is wrong with you? Oh nein. Probieren kann man es ja. War irgendwie klar. Durch eine Gut-Wrench-Powerbomb. Nein, nein, nein. Das wäre schon zu sehr Squash gewesen. Aber um den darf sich jetzt Cesaro kümmern. Kriegt fast dieselben Moves jetzt ab, aber der Finisher ist geiler. Wird gekontert. Jo. Nächster German Suplex. Hat er auch viel von im Moveset. Nächster Konter. Und die nächste Schlagserie. Die unterbrochen wird. Wow, Kruzifix. Ein Kruzifix. Allerdings ohne Pin. Was auch noch nicht wirklich Sinn machen würde. Immer schön den Rücken bearbeiten. Der jetzt auch rot ist. Also viel aushalten tun die beiden nicht. Und schon wieder gekontert. Und der Samoan Dropper ist mir auch neu, dass er den drin hat. So, endlich geht die... Geht der Chicken Wing Suplex durch. Mann. Den Kopf zurück... Recht drücken. Ein Angle Slam. Ein Olympic Slam. Das Moveset ist eigentlich richtig geil. Schönes Sit-Down-Powerbomb. Ist noch rausgekommen. Und der Big Boot. Komm. Machen wir es jetzt hier ein für alle Mal unter Dach und Fach. Der Gut Wrench. Suplex. Und komm. Hure. Nein. Fuck. Das könnte jetzt zum Selbstläufer werden. Nein, 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 nein. Wow. Das Tag-Team-Match ist bis jetzt wesentlich spannender als das Match. Als Open, äh, was den Opener geboten hat. Ich meine schon zwei Finisher gehabt. Also einmal mit Swagger, einmal mit Cesaro. Und beides Mal keine Entscheidung. Heißt, wir müssen weitermachen. Oder weiter warten. Und das geht in die Ringecke. Ja. Super. 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 Was hat Swagger eigentlich als Signatur? Ist einmal dieser... Ja. Okay. Das im Lauf. Und das Ecke vorn. Okay. Bodyslam. Passt. Komm. Gucken wir uns noch weiter. Das Moveset von Swagger an. Da hat er... Oh. Konter, Konter, Konter. Er wird wechseln. Ein Hotdeck. Was wir hoffentlich... Das war dumm. Das war dumm. Santino. Fuck. Will er wieder wechseln, oder wie? Natürlich. Ficker. Ernsthaft. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Eins. Zwei. Unter drei. Meine Herren. Was eine Geburt. Wie ein dieser zwei Jobber, äh... behindern können. Aber gut. So, ähm... Ryder ist ja... Was weiß ich... Ah, wie sagt man das? Nicht unbedingt ein Jobber, aber... Wird als Jobber dargestellt. So. Jetzt haben wir es. Aber ich glaube auch nicht, dass da noch viel kommen wird. Für Ryder. Der hatte seine Hochphase. Wo es halt diesen Internet-Hype über... Über ihn gab. Um ihm gab. Und seitdem ist er eigentlich... Tote Hose. Ach, du Heiligblechle. Hm. Auch hier, äh... Spricht es für sich selber. Mit wem ich spiele. Aber wir sind... Wir sind bei den Rivalitätsmatches angekommen. Roman Reigns gegen Tenzer in einem Extreme Rules Match. Komm, mir kommt es auch irgendwie so vor, als ob hier... Die ganze Zeit, äh... Dasselbe Match präsentiert wird. Ich meine, das hätten wir in der letzten Raw-Ausgabe auch gehabt. Ja, er attackiert Tenzer. Ich meine, das hätten wir so auch gehabt. Aber... Naja. Naja, kann man halt nicht viel machen. Wir werden die Fäde halt so spielen, wie sie uns vorgesetzt wird. Auch wenn sie nicht wirklich... Abwechslungsreich scheint. Brodus Clay haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Selbes mit Seth Rollins. Oder ich erinnere mich gerade noch nicht dran. Und vielleicht war er bei Smackdown. Aber ich glaube eigentlich nicht. Sideslam von Tensai. So, und jetzt, da Reigns ja auch ein Heal ist, holen wir uns erstmal ein paar Objekte. Hier, ich bewerfe dich mit Stuhl. Ach, scheiße. Dann schlage ich dich mit Stuhl. Fuck. Jesus Christus. Nicht reingehen. Da. Na, okay. Ich wollte eigentlich den Kendo-Stick, aber egal. Ficken. Scheiße. Du, mich hauen gerne mit Stuhl. Ich dich hauen gerne mit Stuhl. So, jetzt warten wir. Ethic and Tensai, da du haben. Du bist es wert, dass man dich zweimal bewirft mit Hammer. Ich sage ein zweimal bewirft mit Hammer. Und jetzt laggen, wie Sau. Samo und Spike, den haben sie auch mit reingepackt. Ich glaube es ja nicht. Das ist witzig, dass sie den Samo und Spike mit drin haben. Oh, und German Suplex von Tensai. So langsam kriegt dieses Match auch ein bisschen an. Konsistenz. Also Konsistenz. Weil. Ich meine, es gibt Moves von beiden. Das ist dann ja nicht so langweilig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt gleich schon zu Ende sein wird. Und wir sind bei Rot, EO. Das wird wohl das Ende sein. Aber egal. Schönes Extreme Rules. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich komme mir gerade irgendwie so vor, als ob ich zu nah am Mikro wäre. Und der Spear a la Goldberg. Auch jetzt glaube ich ein eigens animierter Spear für ihn ist. Oder das ist der von Batista. Eins von beiden. Naja. Und das war's mit... Du eklige Fotze. So. Komm. Genug gespielt. Also das ist mir jetzt hier aber ein bisschen zu blöd. Sollte ein Squash-Match werden. Aber dafür hätte ich nochmal das Ganze... Wollen wir gucken, ob wir verletzen können. Dickes Tensai. Na komm. Na dann. Oh fuck. Den Headbutt gibt's auch noch. Ach komm. Wir sind gerade so wunderschön dabei. Können wir schon mal Wut an... Unsere Wut an Tensai auslassen. Und... Ficken. Ficken. Gib das wieder her. So Fotze. Ach nein. Tensai. Lass das Ding doch draußen. Das wird doch nichts. Fick. Fick. Ich glaube er hat's gekontert, oder? Ja. Oh fuck. Fick. Fick. Oh nein, 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 nein. Nicht dieser grüne Mist. Ach, ekelhaft sowas. Oh nein. Es könnte sogar noch ein Sieg für Tensai enden. Aber... Selbst wenn. Das wäre nicht mehr das Schlimme. Immerhin ein Two-Count. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann auch noch die Leiter dazukommen. Und Elektrik... Ja, komm, 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 komm. Ah, schade. Sollte eigentlich... Auf die Leiter gehen. Aber dann probieren wir das halt auf diesem Wege. Oh fuck, fuck, fuck. Ich wollte eigentlich auf die... Eigentlich sollte er mehr auf die... Auf die Leiter gehen, aber... Irgendwie will das mit der Koordination gerade nicht so. Jetzt. Und die Powerbomb. Fuck. Die sollte eigentlich woanders reingehen, aber egal. Oh Gott. Gucken. Jetzt habe ich so einen Gedanken, aber ich glaube, das wird nichts. Ne. Hätte ein bisschen weiter gemusst, um noch irgendwie in die Leiter zu gehen. Aber gut. Das sollte es jetzt aber auch endlich gewesen sein. Der verdiente Sieg für Roman Reigns. Und ein weiterer Pluspunkt für... Für die Tag Team Champions in dieser Titelfähde. Die aber noch irgendwie... Ich finde, Seth Rollins und auch Rose Clay kommen mit dieser Fede fast gar nicht vor. Sondern werden... Die Fede wird einfach nur von Roman Reigns und... Tensai ausgetragen. Also... Da passt irgendwas nicht. Also... Das stimmt ganz und gar nicht. Aber egal. Es dürfte jetzt das vorletzte Match kommen. Dann sind wir auch schon wieder beim Ende der heutigen Raw-Ausgabe. Kofi Kingston vs. David Otunger. Otunger. Ist ein Rivalitätsmatch. Heißt, wir werden mit Sicherheit irgendwas von Dean Ambrose sehen. Ob er sich ein Ticket gekauft hat. Keine Ahnung. Wir zocken einfach mit Kofi Kingston alleine, weil ich David Otunger nicht besonders mag. Auch wenn der Finisher ganz nett ist. Deswegen kann das hier ruhig auch schnell gehen. Letzte Woche fing es ja mit dem Psychospielchen von Ambrose an. Bin ich gespannt, was hier diese Woche in Woche 2 passiert. Schöner Job. Und der Gut Buster sitzt und der Springboard Splash. Das war schon mehr ein Splash. Und das wird ein Leg Drop. Ne, ein... Ein Diving Stump sollte das werden. Stump. So. Zack, zack, zack. Und Monkey Flip, der sitzt ebenfalls... Hat schon was von dem Squash. Vor allem, er ist schon orange. Sein Damage Level ist schon orange. Dass der aber so wenig aushält. Aber gut. Jetzt wirft er mich hier raus. Aber den Signature Move haben wir. Das Ganze könnte... Relativ schnell zu Ende sein. Fuck. Wie hat der bitte aus einer Springboard Clothesline ein Back Body Drop gekontert? Naja, sein physikalisch ist gar nicht möglich. Schneller Trouble in Paradise. So kann man es dann auch machen. Tja. So wie ich Otanga jetzt einschätze, war es das schon. Schneller Trouble in Paradise. Das Cover. Eins. Zwei. Oh, und er kommt noch raus. Jetzt gibt es noch den Roll-Up. Und ich schätze, das war es jetzt. Kollege. Du enttäuschen mich. Was heißt enttäuschen? Er... Übertrifft meine Erwartungen. Vom Aus... Äh... Vom Aushaltsgrad, den er hat. Jetzt der Elbow-Drop. Ach, jetzt habe ich schon die Chance auf ein Comeback. Fuck. Ficken. Ich weiß nicht, wie der Comeback-Move ist. Machen wir es halt nochmal mit dem Monkey-Flip. Oder so. Habe ich halt... Habe ich halt keinen Comeback-Move bekommen. Kann ich auch mitleben. Dafür gibt es jetzt schön den Dropkick an den Kopf. Machen wir noch ein paar. Übertrieben animierte Towns. Okay, der geht eigentlich. Das ist ein bisschen übertrieben animiert, aber... Der Leg-Drop sitzt nicht wirklich. Dann gehen wir halt nochmal auf die Ring-Ecke. Und der Stump sitzt jetzt wenigstens. Gibt es jetzt auch den Boom-Boom-Leg-Drop. Und zack, der sich sogar positionsgerecht anordnet. Obwohl er in einer anderen Richtung lag, hat er sich trotzdem dahin begeben. Und jetzt noch den SOS. Und... Das sollte es dann auch gewesen sein. Hier nochmal in der Wiederholung. Zack. Eins, zwei, drei. Kofi Kingston gewinnt das Match gegen David Otanga. Aber jetzt fehlt mir noch irgendwie was bezüglich Dean Ambrose. Und... Da ist Dean Ambrose. US-Champ Dean Ambrose kommt raus und guckt sich Kofi Kingston an. Sie liefern sich einen Stair-Down. Und ich schätze mal, das war es dann auch mit dieser Fede. Nur ein kleiner Stair-Down. Aber das finde ich gar nicht mal schlecht, dass es nicht physisch wird. Weil physisch soll es dann bei Extreme Rules werden. Moja, das klang dramatisch. Für mich zumindest. Und der Main Event. Mal wieder John Cena gegen Dolph Ziggler in einem Extreme Rules Match. Ich glaube, letzte Woche war es auch schon in einem Extreme Rules Match. Ich rede jetzt von In-Game-Wochen. Letzte Woche war es auch schon in Extreme Rules Match. Nein. Die zweite Woche wird auch wieder ein Squash. Oh, der sofortige Leg-Drop. Also ich zocke als Cena wieder. Leider Gottes, muss ich das zugeben. Wie gesagt, wir haben ja noch zwei Wochen. Aber Cena soll erstmal auch schön als guter Champion dargestellt werden. Nicht nur, weil ich jetzt irgendwie doch plane, ihm den Titel dann bei Extreme Rules von Ziggler abnehmen zu lassen. So, schöne Close-Line. Ihr seht, es geht relativ schnell mit Cena, jemanden zu squashen. Auch wenn wir langsam immer noch... Also hier fehlt mir generell noch irgendein Segment. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht daran erinnern, was letzte Woche passiert ist. Dass die beiden irgendwie segmenttechnisch miteinander konfrontiert wurden. Nur zwei Matches bis jetzt. Das rechtfertigt ja eigentlich kein Titelmatch. Vielleicht trollt uns das Spiel auch und es gibt gar kein Titelmatch zwischen den beiden. Na, schöner Power-Slam. Der Leg-Drop vom... Vom obersten Ringseil. Fuck. Ich drücke immer schon zu früh die Konter-Taste. Ah ja, ist ja Extreme Rules. Aber wir sind Superman-Ciner, wir benutzen keine Objekte. Der Fischermans-Suplex. Auf den Hammer. Einmal der You-Can't-See-Me-Geste. Und sofort natürlich der Five-Knuckles-Shuffle. Und damit ist dieses Match auch schon zu 80% beendet, würde ich jetzt sagen. Weil meistens kommt nach Sinas... ...Signatur-Move und Finisher... ...Da kommt da nicht mehr viel, außer er kontert das Ganze und er kontert das Ganze. Und der Zig-Zag sitzt... ...Pfff. Und der Gut-Range-Suplex sitzt... ...auch wieder. Okay. Steh auf. Zweiter Shoulder-Bock. Und natürlich der Comeback-Move. Das ist so die Super-Ciner-Show. Jetzt wirst du noch schön in die Mitte gezogen. Und dieselbe Show noch mal. Diesmal hoffentlich mit AA am Ende. Oder wie ich ihn immer noch nenne, den FU. Aber ich sag mal AA, damit ihr wisst, was ich meine. Dreht sich um. Und diesmal... Scheint es was zu werden. Und das sollte es auch sein. Eins, zwei, drei. John Cena gewinnt die zweite Woche in Folge gegen Dolph Ziggler. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir da irgendwas sehen werden, was irgendwie einen weiteren Verlauf andeutet. Und nein, das tut es nicht. Ich frage mich immer noch, wie da ein Titel-Match zustande kommen soll. Wenn da nix passiert. Keine Cutscenes, nichts in dieser Fede. Cena squasht Ziggler zwei Wochen hintereinander. Da bin ich mal gespannt. Das wird doch interessant, du. Das wird doch lustig. Oh, und wir haben eine... www.com-news. Die beiden Champions, Dean Ambrose und Koffee-Kings, stehen sich bald in einem Titelkampf gegenüber. Seit wann ist Koffee-Kings ein Champion? Na egal. Schlechte Übersetzung, schätze ich mal nur. Gut, das war es mit Monday Night Raw. Wir gehen schon mal weiter. zu Superstars, wo Suicide alias Manic gegen Kamala antreten wird. Rob Van Dam gegen Booker T. Dolph Ziggler gegen The Rock. Oh, da wird The Rock schon bald wieder als Kanonenfutter dienen müssen. Oder mal gucken. Alter, das ist aber auch eine Ansetzung. Rock bis jetzt Dauergast bei Superstars. John Morrison gegen Kurt Angle und Daniel Bryan gegen Kane. Schöne Superstars-Ausgabe. Von den Matches her. Ganz normale Matches auch. Jo. Dann bin ich mal gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei... äh, bei der zweiten Superstars-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat die Raw-Ausgabe heute gefallen. Wenn ja, dann... bis zum nächsten Mal. Tschüss!